Turf Grip, die Klemmzange zum sicheren Greifen von Kunststoffrasen. Mit ihr werden die Bahnen kraftsparend bewegt, ausgerichtet und gespannt. Den Turf Grip gibt es in verschiedenen Breiten. Gluefix, die praxisbewährte Vorrichtung zur Klebebeschichtung. Sie trägt sicher und einfach die exakte Klebermenge auf Nahtbänder für Kunststoffrasen auf. Wenn statt der Klebebahn der Gluefix selber bewegt wird, können lange, gerade Nähte noch einfacher und viel schneller verklebt werden. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Das Andrückwerkzeug Seamfix schafft eine sichere Benetzung zwischen Kunstrasenrücken und Klebeband. Die Fasern an der Nahtstelle werden aufgerichtet, sodass sie nicht mit ankleben. Mit dem Rasenspanner Turffix lassen sich die einzelnen Bahnen exakt positionieren. Auch Falten und Unebenheiten sind schnell ausgeglichen. Der Turffix ist besonders einfach in der Handhabung und rasenschonend. Das Doppelmesserschneid-Gerät von SMG macht exakt gerade oder kreisförmige Linienschnitte. Der Line-Cutter bietet variable Schnittbreiten. Er kommt zum Einsatz bei Vollkunststoffrasen oder kurz- und langflorigen Kunststoffrasenflächen. Anspielpunkte und Elfmeterpunkte sind mit dem Circle Cutter schnell und exakt ausgeschnitten. Durchmesser von 60 bis 280 Millimeter sind möglich. Ausschnitt und Einlage passen automatisch perfekt zueinander. Perfekte Schnitte? Mit dem Grass Cutter kein Problem. Ob an Kantsteinen oder zum stoßgenauen Beschneiden von Kunstrasenbahnen vor dem Verkleben, das Ergebnis passt immer. Mit dem Schneidgerät Edge Trimmer werden Kunstrasenbahnen auf die exakte Breite zugeschnitten. Der präzise Schnitt durch das Trägermaterial erlaubt auch das Konfektionieren von Rasenlinien.